Die Anklage behauptet, dass er die Kontrolle über die Opfer auf verschiedene Weisen aufrechterhielt, unter anderem durch Drogenvergabe und erzwungene sexuelle Handlungen. Gerade als man dachte, man hätte schon alles gesehen, ist neues Filmmaterial aufgetaucht, das die Erzählung um zwei der einflussreichsten Persönlichkeiten unserer Zeit, Diddy und Elon Musk, verändern könnte. Die Aufnahmen, die auf einer kürzlich stattgefundenen Party gemacht wurden, zeigen unerwartete Momente und wecken großes Interesse im Internet. Was genau zeigt dieses Material? Könnte es die öffentliche Wahrnehmung von Diddy und Musk beeinflussen? Ein weiteres aufsehenerregendes Element ist ein virales Foto, das Elon Musk, Diddy und Gunner bei einer Comedy-Show von Dave Chappelle zeigt. Dieses Bild, das die drei zusammen während der Show zeigt, verbreitete sich rasch in den sozialen Medien. Musk, bekannt für seine revolutionären technologischen Projekte, trat in legerer Kleidung auf, während Diddy, der legendäre Musik-Mogul, seinen typischen Charme versprühte. Gunner, der für seinen einzigartigen Stil bekannt ist, brachte eine moderne Note in die Szenerie. Das Foto wurde kurz nach Musks Übernahme von Twitter, nun umbenannt in X, aufgenommen, was ihm zusätzliche Bedeutung verlieh. Die Aufnahme verbreitete sich schnell auf Social Media und wurde zu einem heiß diskutierten Thema. Die unerwartete Kombination dieser drei bekannten Persönlichkeiten in diesem Umfeld sorgte für großes Interesse und führte zu zahlreichen Reaktionen online. Das Bild erzeugte eine Menge Aufsehen und die Reaktionen reichten von Überraschung bis hin zu Kritik. Ein besonders bemerkenswerter Tweet von Nutzer B. Larry King zeigte einen Videoausschnitt der Veranstaltung und kommentierte die gemischten Reaktionen des Publikums. Der Tweet hob hervor, dass die Reaktionen auf Musks Auftritt zwischen Jubel und Buhrufen schwankten, was die gespaltene öffentliche Meinung über ihn verdeutlicht. Musk ist besonders in den letzten Jahren aufgrund seiner Entscheidungen als CEO von Twitter und Tesla zu einer umstrittenen Figur geworden. Die Meinungen in den sozialen Medien reichten von Überraschung und Belustigung bis hin zu Ablehnung. Viele amüsierten sich über die unerwartete Kombination von Prominenten bei Chapelles Show, während andere Musk für seine jüngsten Entscheidungen kritisierten. Diese Reaktionen spiegeln ein breites Spektrum an Humor, Unterstützung und Kritik wider und zeigen, wie tiefgespalten die öffentliche Meinung über prominente Figuren wie Musk bleibt. Einige Fans waren begeistert, Musk, Diddy und Gunnar gemeinsam zu sehen und betrachteten dies als einen seltenen und einzigartigen Prominentenmoment. Doch viele konzentrierten sich auf Musks umstrittene Entscheidungen und einige sahen in dem Foto sogar Hinweise auf eine geheime Allianz zwischen Musk und Diddy. Diese Spekulationen reichten von möglichen Geschäftsvorhaben bis hin zu weitreichenden Verschwörungstheorien über globalen Einfluss. Eine plausiblere Theorie deutete an, dass Musk und Diddy möglicherweise an einer großen geschäftlichen Zusammenarbeit arbeiten könnten, die sowohl die Technologie als auch die Unterhaltungsindustrie revolutionieren würde. Musks jüngster Kauf von Twitter und Diddys langjähriger Einfluss in der Musikbranche schienen diese Idee glaubhaft zu machen. Das virale Foto führte zu intensiven Spekulationen über eine mögliche Allianz zwischen Musk und Diddy. Doch könnten die jüngsten schockierenden Anschuldigungen gegen Diddy tiefere Geheimnisse enthüllen? Und wie reagierte Musk öffentlich auf diese Anschuldigungen? Seine umstrittenen Online-Äußerungen haben die Diskussionen weiter angeheizt. Diddy, dessen Name in letzter Zeit aufgrund schwerer Vorwürfe für Schlagzeilen sorgt, hat auch die Aufmerksamkeit von Elon Musk erregt. Musk teilte einen Artikel über die Anschuldigungen auf X, ehemals Twitter, und stellte die Frage, wer in der Unterhaltungsbranche von Diddys Taten gewusst habe. Mehrere Klagen wurden gegen Diddy eingereicht, die ihn des Fehlverhaltens beschuldigen, während er derzeit mit diesen Anklagen konfrontiert ist. Musk scheint die Unterhaltungsbranche zu kritisieren und hinterfragt, wer von den angeblichen Vorfällen wusste, was zu hitzigen Diskussionen in den sozialen Medien führte. Er kritisierte die Unterhaltungsindustrie, als er über Diddys Kontroversen postete. Er teilte einen Screenshot eines Artikels der Daily Mail mit der Überschrift, Diddy wird beschuldigt, einem 99-jährigen Jungen und seinen Getränken mit Pferdetranquillisern zu schaden, während 120 Opfer mit mit schockierenden Ansprüchen hervortreten. Musk fügte seine eigene Bildunterschrift hinzu und fragte, wie viele Menschen in der Musik- und Unterhaltungsbranche von diesen Vorfällen wussten. Die Überschrift bezog sich auf die neuesten Anschuldigungen gegen Diddy, bei denen über 100 Personen ihn beschuldigten. Die meisten Vorwürfe kamen von Männern und 25 von ihnen waren zum Zeitpunkt des angeblichen Vorfalls Minderjährige. Die Opfer behaupteten außerdem, dass nach dem Besuch von Diddys Partys Rückstände von Pferdetranquillisern in ihren Körpern gefunden wurden. Musks Beitrag sorgte schnell für Reaktionen in den sozialen Medien, Ein Nutzer antwortete auf Musks Frage mit Äh, du? Während ein anderer fragte, wie oft Musk Diddy getroffen habe. Ein dritter Nutzer wiederholte die Frage und schrieb, Wie oft hast du Diddy getroffen? Einige Nutzer scheinen anzudeuten, dass Musk selbst über die Vorwürfe Bescheid wissen könnte. Ein Nutzer kommentierte, Sag uns die Wahrheit! Während ein anderer hinzufügte, Dieser Typ tweetet, als wüssten wir nicht, dass solche Bilder existieren. Andere Nutzer drehten Musks Frage um und fragten nach der Rolle der Tech-Industrie in ähnlichen Kontroversen. Ein Nutzer antwortete, Wie viele Leute in der Tech-Branche wussten darüber Bescheid, du großer Homie? Ein weiterer kommentierte, Es ist lustig zu sehen, wie andere Prominente so tun, als wären sie nicht Teil davon. Die Diskussionen über Diddys Vorwürfe und Musks Kommentare haben online eine Debatte ausgelöst, während die Menschen weiterhin in Frage stellen, wer was wusste und wie diese Probleme so lange bestehen bleiben konnten. Musks Beiträge haben hitzige Diskussionen angestoßen und viele fragen sich, wer über Diddys angebliches Fehlverhalten Bescheid wusste. Könnte es noch mehr zu ihrer Verbindung geben? Welche Rolle spielt Diddys finanzielle Beteiligung an Musks Twitter-Deal? Bleibt dran, während wir im nächsten Kapitel die tieferen Verbindungen zwischen Musk und Diddy untersuchen. Die angebliche Beziehung zwischen Elon Musk und Sean Diddy Combs hat erhebliches Interesse geweckt, da ihre Interaktionen sowohl persönliche als auch berufliche Bereiche umfassen. Eine der zentralen Verbindungen zwischen den beiden ist Diddys Rolle als Investor bei Musks Übernahme von Twitter. Diddy trug finanziell zu dem 44 Milliarden Dollar Deal über seine Investmentfirma bei. Diese Beteiligung deutet auf ein gegenseitiges Interesse an der Plattform hin, und legt ein gewisses Maß an Vertrauen zwischen den beiden Figuren nahe. Ihre öffentlichen Auftritte haben die Spekulationen über ihre Beziehung weiter angeheizt. Ein virales Foto aus dem Jahr 2022, das Musk, Diddy und den Rapper Gunner bei einer Comedy-Show von Dave Chappelle zeigt, unterstrich ihre sozialen Verbindungen. Zudem hat Musk Diddy in Interviews und sozialen Medien als guten Freund bezeichnet, was bestätigt, dass ihre Beziehung über geschäftliche Belange hinausgeht. Jedoch deuten aktuelle Ereignisse auf eine potenzielle Veränderung in Musks Einstellung zu Diddy hin. Musks letzte Tweets scheinen die Branchenkenntnis über Diddys angebliche Taten infrage zu stellen, wenn er fragt, warum will die Regierung nicht, dass er sich selbst meldet, denn dann können sie nicht um Haft bitten, also gehen sie hin und verhaften ihn. Dies deutet darauf hin, dass Musk sich möglicherweise von dem Musik-Mogul distanziert, insbesondere angesichts der schweren Vorwürfe, mit denen Diddy konfrontiert ist. Die Klagen gegen Diddy beinhalten Vorwürfe von Gewalt und Minderjährigen, was zu einer verstärkten Überprüfung aller Personen geführt hat, die mit Diddy in Verbindung stehen, und Musk bleibt von dieser Aufmerksamkeit nicht unberührt. Auf persönlicher Ebene wurden Musk und Diddy bei zahlreichen hochkarätigen Veranstaltungen gemeinsam gesehen, was die Gerüchte über die Nähe ihrer Beziehung angeheizt hat. Musks öffentliche Anerkennung Diddys als Freund fügt ihrer Verbindung eine weitere Dimension hinzu. Allerdings hat das Gewicht der jüngsten Vorwürfe gegen Diddy Musk in eine schwierige Lage gebracht. Mit dem Aufkommen neuer Informationen hat der Druck auf alle, die mit Diddy verbunden sind, zugenommen. Musks Tweets waren aufschlussreich. Indem er Schlagzeilen über die Anschuldigungen gegen Diddy teilte und offen die Kenntnisse der Unterhaltungsbranche über diese Taten infrage stellte, scheint Musk Abstand zwischen sich und seinen ehemaligen Freund zu schaffen. Sein öffentlicher Positionswechsel deutet darauf hin, dass er sich möglicherweise mit den Forderungen nach einer Konsequenz für Diddy solidarisieren könnte. Elon Musk distanziert sich öffentlich von Diddy angesichts schwerwiegender Vorwürfe. Könnte dies das Ende ihrer persönlichen und beruflichen Beziehungen markieren? Welche geschäftlichen Unternehmungen zwischen den beiden bestehen trotz der Kontroversen weiterhin? Lassen Sie uns untersuchen, wie Musks und Diddys Investitionen und potenzielle Kooperationen ihre Beziehung geprägt haben. Beziehung Musks und Diddys Geschäftsunternehmung, Elon Musk und Sean Diddy Combs, beide Machtzentren in ihren Bereichen, sind auf interessante Weise in der Geschäftswelt aufeinander getroffen. Eines der bedeutendsten Projekte zwischen ihnen ist Diddys Investment in Musks Übernahme von Twitter, das 2022 unter dem Namen X neu positioniert wurde. Musk erwarb Twitter für 44 Milliarden Dollar und der Deal zog viele prominente Investoren an, darunter Diddy, der über seine Investmentfirma Sean Combs Capital LLC zur Finanzierung der Übernahme beitrug. Musk strebte an, finanzielle Unterstützung für seine Vision der Transformation der sozialen Medien zu gewinnen und Diddys Mitwirkung spielte eine Rolle bei dieser Anstrengung. Diddys Investition steht im Einklang mit seinem langjährigen Interesse an Medien und Kommunikationsplattformen. Er hatte zuvor Revolt TV gegründet, ein musikorientiertes Kabelnetzwerk, das seine Leidenschaft für die Gestaltung von Medienlandschaften zeigt. Durch die Investition in X unterstützte Diddy nicht nur Musks Pläne, sondern positionierte sich auch, um die Zukunft einer wichtigen Social-Media-Plattform zu beeinflussen. Neben den bekannten Unternehmungen gibt es verschiedene spekulative Gerüchte über andere potenzielle Kooperationen zwischen Musk und Diddy. Einige Quellen legen nahe, dass die beiden möglicherweise gemeinsame Unternehmungen in den Bereichen Technologie und Unterhaltung erkunden. Diese Behauptungen sind jedoch nicht verifiziert. Ein mutmaßliches Projekt betrifft die Schaffung einer neuen Streaming-Plattform, die soziale Medien Musik- und Video-Inhalte integrieren könnte. Sollte dieses Projekt realisiert werden, könnte es mit großen Plattformen wie Spotify und YouTube konkurrieren, indem es den Nutzern ein interaktiveres Erlebnis bietet. Ein weiteres spekulatives Vorhaben deutet darauf hin, dass Musk und Diddy KI-gesteuerte Tools zur Content-Erstellung entwickeln könnten. Diese fortschrittlichen Werkzeuge könnten es Künstlern und Kreativen ermöglichen, hochwertige Inhalte effizienter zu produzieren und damit die Unterhaltungsindustrie potenziell revolutionieren. Obwohl es keine konkreten Beweise für diese Behauptungen gibt, haben sie sowohl in der Tech- als auch in der Unterhaltungsbranche für Aufregung gesorgt. Wenn eine solche Zusammenarbeit zustande käme, würde sie die potenzielle Synergie zwischen Musks technologischem Fachwissen und Diddys kreativem Einfluss demonstrieren. Die Geschäftsbeziehung zwischen Musk und Diddy hat die Marken der beiden erheblich beeinflusst. Für Musk hat die Partnerschaft mit einer bedeutenden Figur aus der Unterhaltungswelt wie Diddy seine Anziehungskraft über die Tech-Community hinaus erweitert. Sie hat auch seinen Ruf als Unternehmer gefestigt, der in der Lage ist, verschiedene Branchen zu verbinden. Allerdings haben Musks jüngste Kommentare in sozialen Medien, in denen er die Kenntnisse der Unterhaltungsindustrie über Diddys angebliche Taten infrage stellte, ihre Beziehung kompliziert. Diese Aussagen werfen Fragen über Musks wahre Absichten auf und darüber, ob er sich angesichts der aktuellen Kontroversen von Diddy distanziert. Auf der anderen Seite hat Diddys Investitionen in Musks Übernahme von X seinen Ruf als scharfsinnigen Geschäftsmann gestärkt. Doch die Vorwürfe gegen Diddy haben auch einen Schatten auf seine Geschäftsunternehmungen geworfen und Fragen zu seinen Verbindungen und Investitionen mit Musk aufgeworfen. Da Musks und Diddys Geschäftsunternehmungen Höhen und Tiefen erleben, könnten die Herausforderungen, mit denen Diddy jetzt in seinem Privatleben konfrontiert ist, auch ihre beruflichen Verbindungen weiter beeinflussen. Was genau sind diese schwerwiegenden Vorwürfe gegen ihn? Begleiten Sie uns, um den breiteren Kontext von Diddys rechtlichen Problemen zu erkunden. Breiterer Kontext von Diddys Fall. Sean Diddy Combs, eine wichtige Figur in der Musikbranche, sieht sich nun ernsthaften rechtlichen Herausforderungen gegenüber. Am 23. September 2024 wurden Bundesagenten ihn in New York festgenommen, nachdem er monatelang mit Klagen konfrontiert wurde, die ihn der zwischenstaatlichen Beförderung von Drogen beschuldigen. Diese Anschuldigungen sind über die Zeit gewachsen und werfen einen dunklen Schatten auf sowohl sein persönliches Leben als auch seine berufliche Karriere. Laut einer am 24. September 2024 veröffentlichten Anklage soll Colms Frauen und andere durch Drohungen und Manipulationen gezwungen haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen. Der Anwalt von Colms, Mark Agnifilo, verteidigte ihn mit den Worten, Herr Colms ist ein Kämpfer. Er wird bis zum Ende für seine Unschuld kämpfen und kritisierte die Staatsanwaltschaft der USA wegen einer seiner Meinung nach ungerechtfertigten Verfolgung. Hinzu kommen Diddys Probleme. Da seine Häuser in Los Angeles und Miami am 25. März 2024 von Homeland Security-Agenten durchsucht wurden, im Rahmen der laufenden Ermittlungen. Darüber hinaus sieht sich Colms einer enormen Strafe von 100 Millionen Dollar aus einem separaten Rechtsfall gegenüber. Am 9. September 2024 sprach ein Gericht diesem Betrag Derek Lee Cardello Smith zu, der Colms beschuldigt hatte, ihn 1997 bei einer Feier unter Drogen gesetzt und missbraucht zu haben. Cardello Smith, der sich derzeit im Gefängnis befindet, reichte die Klage Jahrzehnte nach dem angeblichen Vorfall ein. Trotz des Gewichts dieser Vorwürfe bestreitet der 54-jährige Colms weiterhin jegliches Fehlverhalten. Sein rechtliches Team bezeichnete die Klagen als Versuche, Geld zu erpressen und nannte die Vorwürfe haltlos und abscheulich. Diese rechtlichen Auseinandersetzungen reichen jedoch über die ferne Vergangenheit hinaus und beinhalten auch aktuellere Ereignisse. Ein solches Ereignis fand im März 2016 in einem Hotel in Los Angeles statt. Am Tag nach diesem Vorfall veröffentlichte Colms ein Video, in dem er sich auf Instagram entschuldigte. Er räumte ein, dass sein Verhalten inakzeptabel war und übernahm die volle Verantwortung für sein Handeln. In dem Video sagte er, Ich mache keine Ausreden. Mein Verhalten in diesem Video ist inakzeptabel. Dieser Vorfall trug zu der wachsenden Liste rechtlicher und persönlicher Probleme rund um den Musikmogul bei. Die Vorwürfe gegen Combs bestehen seit Jahren und gehen zurück bis in die 90er Jahre, als er sein Plattenlabel Bad Boy Records gründete. Während sich diese Fälle weiterentwickeln, werfen sie einen langen Schatten auf Colms Karriere und sein Privatleben. Viele beobachten genau, wie sich diese Vorwürfe auf sein Erbe in der Musikindustrie auswirken werden. Obwohl Colms einen bedeutenden Einfluss auf Hip-Hop und Popkultur hatte, könnten seine anhaltenden rechtlichen Probleme beeinflussen, wie die Menschen sich an ihn erinnern. Die kommenden Monate sind entscheidend für Combs, da er sich diesen schweren Vorwürfen gegenüber sieht und gleichzeitig versucht, seinen Ruf zu schützen. Seine Zukunft in der Branche bleibt ungewiss, da seine rechtlichen und persönlichen Kämpfe noch lange nicht vorbei sind. Mit Diddys vergangenen und gegenwärtigen rechtlichen Auseinandersetzungen, die bereits ein düsteres Bild zeichnen, stellt sich die Frage, wie die über 120 neuen Vorwürfe, einschließlich Vorwürfen der Gewalt, seine Zukunft beeinflussen werden. Welche weiteren schockierenden Details werden ans Licht kommen, während sich dieser Fall entfaltet? Bleiben Sie dran, um mehr über die wachsende Welle von Anschuldigungen und deren potenzielle Konsequenzen zu erfahren. Eine schockierende Welle von Vorwürfen Eine schockierende Welle von über 120 neuen Vorwürfen ist gegen Combs erhoben worden. Diese Vorwürfe stammen aus einer vielfältigen Gruppe, die sowohl Männer als auch Frauen umfasst. Die Anschuldigungen beinhalten Gewalttaten, Vorfälle, bei denen kontrollierte Substanzen eingesetzt wurden, die Verbreitung von Videoaufnahmen und die Beteiligung von Minderjährigen. Der Musikmogul Sean Diddy Combs sieht sich neuen Vorwürfen gegenüber, da eine Frau behauptet, der Rapper habe sie 1991 in New York City unter Drogen gesetzt und missbraucht. Diese Vorwürfe wurden von Personen aus verschiedenen Bundesstaaten erhoben und spiegeln die weitreichende Natur der angeblichen Vergehen wieder. Der texanische Anwalt Tony Busby, der die Ankläger vertritt, enthüllte, dass sein Team über 3000 Kontakte von Menschen erhalten hat, die behaupten, von Combs Opfer geworden zu sein. Busby betonte, dass die Vorwürfe sich über 25 Bundesstaaten erstrecken mit einer bemerkenswerten Konzentration von Anklägern aus New York, Kalifornien, Georgia und Florida. Die schiere Anzahl der Vorwürfe und ihre geografische Verbreitung haben das Gewicht des Falls weiter verstärkt. Seit seiner Festnahme wurde ihm bereits zweimal die Kaution verweigert, trotz der fortwährenden Bemühungen seines rechtlichen Teams, seine Freilassung zu sichern. Seine Anwälte haben sogar eine Absichtserklärung zur Anfechtung seiner Inhaftierung eingereicht, dennoch bleibt Combs in Gewahrsam. Er wird derzeit im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York festgehalten, während er auf weitere Entwicklungen in seinem Fall wartet. Die Anklägerin erklärte, dass sie zu der Zeit so verletzt, verwirrt und traumatisiert gewesen sei, dass sie nichts eingereicht und keinen Nachforschungen angestellt habe, aber sie dennoch später nachgeholt habe. Darüber hinaus haben Colms Gerichtstermine große Aufmerksamkeit auf sich gezogen, während Medienhäuser jede Entwicklung genau verfolgen. Sein rechtliches Team, angeführt von Anwältin Erika Wolf, hat klar betont, dass Colms unschuldig ist. Wolf hob hervor, dass Colms darauf brenne, seinen Namen vor Gericht reinzuwaschen und erklärte, dass die Wahrheit auf der Grundlage von Beweisen nicht von Spekulationen festgestellt wird. Trotz der laufenden Gerichtsverfahren bleibt Colms rechtliches Team zuversichtlich, dass sie seine Unschuld beweisen können. Während einer jüngsten Anhörung argumentierten Colms Anwälte, dass seine Untersuchungshaft beendet werden sollte und verwiesen auf die bereits festgelegte beträchtliche Kaution von 50 Millionen Dollar. Das Gericht entschied jedoch, ihn in Gewahrsam zu halten, unter Berufung auf die Schwere der Vorwürfe und das Risiko, das er darstellen könnte, falls er freigelassen wird. Der Ernst der Lage hat zur Entscheidung des Gerichts beigetragen, strenge Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Die Medien haben den Fall umfassend behandelt und die Reaktionen aus der Öffentlichkeit sind gemischt. Viele Menschen sind schockiert über die große Anzahl von Vorwürfen gegen KOMS. Einige unterstützen die Ankläger und äußern Bedenken über die verstörende Natur der Vorwürfe, während andere auf Colms Seite bleiben und sich entscheiden, das Urteil zurückzuhalten, bis der rechtliche Prozess weiter fortschreitet. KOMS nächster Gerichtstermin ist für den 6. Oktober 2024 angesetzt. Dies war eine zehnjährige Beziehung. Es gab keinen Zwang. Kein Verbrechen. Im Grunde genommen ist es nur der rechtliche Prozess, der voraussichtlich beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen wird, aufgrund der Komplexität und Schwere der Vorwürfe. Während der Fall voranschreitet, sind weitere Details wahrscheinlich, die zusätzliche Informationen über die Vorwürfe und die Beweise, die von beiden Parteien präsentiert werden, offenbaren. Die bevorstehenden Gerichtssitzungen werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, welche Richtung dieser Fall einschlägt. Darüber hinaus lobte Trump Didi einst. Und ein echtes Foto aus dem Jahr 2005 zeigt sie zusammen. Trump lobte Didi einst. Und ein echtes Foto aus dem Jahr 2005 zeigt sie zusammen. Kürzlich kursierte das Gerücht, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump Didi einmal als guten Kerl bezeichnete und sagte, er würde ihn unterstützen. Für ihn nahm dieses Gerücht Fahrt auf, kurz nach Didis Festnahme wegen Sexhandelsvorwürfen. Die Unterhaltungsnachrichtenseite half dabei die Geschichte mit der Schlagzeile Sehen Sie Trump, der für den guten Typen Didi eintritt, anzuheizen, während Aubrey O'Day etwas anderes suggerierte. Ich gehe um vier Uhr ins Bett. Ich mag dich wirklich. Und ich würde es dir sagen, wenn dem nicht so wäre. Übrigens hatte O'Day, eine Sängerin und frühere Mitglied der Girl Group Danity Cain, ebenfalls über die Vorwürfe gesprochen. Jimmy Kimmel erwähnte in seiner Show Mitte 2024 Trumps angebliche Kommentare. Die Wahrheit ist, dass Trump diese Bemerkungen über Didi im Jahr 2012 gemacht hat. Dies geschah während der ersten Folge der zwölften Staffel von The Apprentice, in der Trump Combs als guten Typen und Freund lobte. Diese Staffel von The Apprentice hatte mehrere Prominente, darunter O'Day. O'Day kritisierte Colmes 2022 öffentlich und behauptete, sie sei 2008 aus Danity Cain geflogen, weil sie bestimmten nicht musikbezogenen Forderungen von Combs nicht nachgekommen sei. Nach seiner Festnahme im Jahr 2024 fühlte sich O'Day bestärkt und postete auf X. Gerechtigkeit gibt uns den Raum, ein neues Kapitel zu schaffen. Heute ist ein Sieg für Frauen überall. Es ändert sich endlich etwas. Vielleicht haben Sie kürzlich ein Foto gesehen, das im Internet kursiert. Es stammt aus dem Jahr 2005 und zeigt Sean Didi Combs neben Donald Trump und seiner Frau Melania Trump. Dieses Bild ist im Zuge der Kontroversen um Didis jüngste rechtliche Probleme viral gegangen und hat viele Diskussionen online ausgelöst. Interessant an diesem Foto ist, dass viele Bilder von Didi mit anderen öffentlichen Personen, wie zum Beispiel Kamala Harris, als gefälscht entlarvt wurden. Dieses hier ist jedoch echt, aufgenommen vom Fotografen Johnny Nunes beim Art for Life Gala im März 2005. Das Bild wurde im Trump-Mar-A-Lago-Resort in Palm Beach, Florida gemacht. Die Veranstaltung fand zu Ehren von Didi statt und geschah nur zwei Monate, nachdem Donald und Melania geheiratet hatten. Das Foto ist wieder aufgetaucht, während Bilder von Didi und bekannten Persönlichkeiten weit verbreitet geteilt werden. Einige echt, einige bearbeitet. Aber dieses Spezielle ist authentisch, unbearbeitet und öffentlich auf Jetty-Images verfügbar. Jetzt, wo wir die Verbindung zwischen Trump und Didi behandelt haben, ist es an der Zeit, einen der am meisten besprochenen Aspekte von Didis Leben zu beleuchten. Seine legendären Partys. Was passiert bei diesen exklusiven Veranstaltungen? Könnten Sie Hinweise auf die aktuellen Anschuldigungen liefern? Lassen Sie uns die Antworten erkunden. Didis berühmte White Party begann 1998 als exklusive Zusammenkünfte für seine Freunde aus der Musikbranche und markierte sein Eintauchen in die Elite der Hamptons in New York. Diese Partys waren bekannt für ihren strengen weißen Dresscode und erlangten schnell einen Ruf als jährliches Sommerereignis. Im Laufe der Jahre erweiterten sie sich auf glamouröse Locations wie Saint-Tropez und Beverly Hills und fanden bis 2009 statt. Die Partys wurden jedes Jahr größer, wobei Unternehmenssponsoren einstiegen. Didi nutzte die Veranstaltung, um Parfüm und Wodka zu lancieren und philanthropische Bemühungen zu fördern. Allerdings behauptet die Anwältin Adria Scher, dass die Dinge im Laufe der Nacht eine dunklere Wendung nahmen. Laut Scher würde sich die Menge um 2 Uhr morgens lichten und nur noch diejenigen bleiben, die an wilderen Aktivitäten interessiert waren. Sie behauptet, dass bestimmte Flaschen Alkohol auf den Partys mit Drogen versetzt waren und Frauen unter Druck gesetzt wurden, daraus zu trinken. Sie sagte, sie habe das Gefühl gehabt, ihre Musikkarriere wäre ruiniert, wenn sie nicht nachgekommen wäre, da Didi versprochen hatte, ihr beim Einstieg in die Branche zu helfen. Die erschreckenden Einzelheiten der Bundesanklage zeichnen ein beunruhigendes Bild von Didis Welt. Die Behörden behaupten, dass seit mindestens 2008 Mitglieder dessen, was als Combs Enterprise bezeichnet wird, problematische Veranstaltungen organisiert haben, die als Freak-Offs bekannt sind. In der Anklage wird behauptet, dass Frauen manipuliert wurden, um an inszenierten Sexualaufführungen mit männlichen Sexarbeitern teilzunehmen. Alles unter Didis Anleitung. Es wird behauptet, dass er diese Taten manchmal ohne das Wissen der Opfer aufzeichnete. Nach diesen intensiven Sitzungen benötigten sowohl Didi als auch die Teilnehmer berichten zufolge intravenöse Flüssigkeiten zur Erholung von körperlicher Anstrengung und Drogenkonsum. Didis rechtliches Team hat argumentiert, dass diese Freak-Off-Partys Teil eines Lebensstils waren und darauf bestanden, dass alles einvernehmlich war. Allerdings entdeckten die Behörden bei Razzien in seinen Wohnungen in Miami und Los Angeles eine erschreckende Sammlung von Gegenständen, darunter über 1000 Flaschen Gleitmittel und Babyöl, eine AR-15 und Drogen. Die Staatsanwälte behaupteten, dass Didi seine Macht und seinen Einfluss nutzte, um Frauen einzuschüchtern und zu ködern, oft indem er vorgab. Die Anklage erhebt den Vorwurf, dass er verschiedene Taktiken anwendete, um Frauen zur Teilnahme an diesen Zusammenkünften zu drängen, darunter das Bereitstellen von Drogen und andere Mittel, die die Atmosphäre beeinflussten und den Menschen ein Gefühl der Einschüchterung gaben. Viele Personen in der Branche fühlen sich durch seine Macht kontrolliert. Und es gab sogar Drohungen, um die Teilnahme der Frauen an diesen Veranstaltungen sicherzustellen. Die Anklage deutet zudem darauf hin, dass Didi sensible Aufzeichnungen von den Veranstaltungen aufbewahrte, um die Opfer zum Schweigen zu bringen und zu kontrollieren. Mehrere Prominente haben kürzlich über ihre Erfahrungen bei Didis berühmten White Partys berichtet, aber interessanterweise hat niemand von den angeblichen Freak-Offs gesprochen. Während sich die Nachrichten über seine Festnahme verbreiten, kursieren alte Clips von Stars, die sich an ihre Zeit bei den Partys erinnern, online. Laut einem Artikel von 2018 im Hollywood Reporter begrüßte die erste White Party angeblich beeindruckende tausend Gäste. Im Laufe der Jahre zog die Veranstaltung zahlreiche hochkarätige Teilnehmer an, darunter die Gesellschaftsdame Paris Hilton, die Sängerin Jennifer Lopez, den Schauspieler Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Martha Stewart, Nick Carter von den Backstreet Boys, die Kardashians, den Komiker Russell Brand, den Rapper Jay-Z und die Sängerin Mariah Carey. In einem denkwürdigen Clip aus einer Episode von Keeping Up with the Kardashians erinnert sich Khloe Kardashian an eine von Diddy veranstaltete Party, bei der die Hälfte der Anwesenden nackt war. Ashton Kutcher sprach ebenfalls in einem Interview 2019 über Diddys Partys und sagte, ich kann diese Diddy-Party-Story nicht erzählen, das war eine seltsame Erinnerung. Während viele Prominente, die an diesen Partys teilgenommen haben, seit Diddys Festnahme schweigen, gibt es Berichte, dass Kim Kardashian ihn kurz vor den Razzien bei seinen Wohnungen nicht mehr folgte. Kims Ex-Freund, der Sänger Ray Jay, der Diddy als Mentor sah und an einigen seiner Veranstaltungen teilnahm, äußerte in einem Auftritt bei News Nation seine Schock und sagte, wir haben nie von den Sachen gehört, die gesagt werden. Ich war nie in Räumen, in denen über diese Dinge gesprochen wurde und ich wusste nicht, dass sie existieren. Viele Menschen in der Branche können mir dazu stimmen. Wir wollten einfach nur auf einer Diddy-Party Spaß haben. Nachdem wir Diddys prunkvolle und berühmte White Partys sowie die prominente Gästeliste erkundet haben, ist es nun an der Zeit, einen Blick auf die dunklere Seite seines Erbes zu werfen. Welche schweren Vorwürfe gibt es gegen ihn und wie könnten sie seine Karriere beeinflussen? Lassen Sie uns diese Fragen näher betrachten. Klagen, Ermittlungen und Zukunft. Diddy befindet sich im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York, wo auch andere hochkarätige Insassen wie R. Kelly, Ghislaine Maxwell und der Kryptowährungsbetrüger Sam Bankman-Freed untergebracht waren. Es ist noch unklar, wie lange Combs dort bleiben wird, bevor er zu seinem nächsten Gerichtstermin vorgeführt wird, da die Ermittlungen zu seinem Verhalten fortgesetzt werden. Die Bundesanwälte unter der Leitung von Damen Williams untersuchen den Fall weiterhin. Bislang haben sie über 50 Opfer und Zeugen befragt und angedeutet, dass möglicherweise weitere Anklagen erhoben werden könnten, die andere mit Combs verbundene Personen betreffen. In der Anklage wird die Combs Enterprise erwähnt, einschließlich seines Plattenlabels Bad Boy Entertainment und mehrerer Mitarbeiter wie Sicherheitskräfte und persönliche Assistenten. Die Vorwürfe sind schwerwiegend. Sexhandel, Zwangsarbeit und Prostitution sind nur einige der Anschuldigungen. Bei einer Verurteilung drohen Combs mindestens 15 Jahre Gefängnis für die Sexhandelsvorwürfe und die Anklage wegen Erpressung könnte eine lebenslange Freiheitsstrafe nach sich ziehen. Neben den Bundesvorwürfen sieht sich Combs auch mehreren zivilrechtlichen Klagen gegenüber. Im November 2023 verklagte eine Frau Combs und den Sänger Aaron Hall und behauptete, sie seien in den 90er Jahren vergewaltigt und geschlagen worden. Zur gleichen Zeit behauptete Joy Dickerson eine frühere Bekannte, dass Combs sie betäubt und angegriffen sowie den Übergriff gefilmt habe. Im Dezember kam eine weitere Klage von einer Frau, die behauptete, Combs und zwei andere Männer hätten sie vergewaltigt, als sie erst 17 war. Jüngst reichte der Produzent Rodney Lilrod Jones eine Klage in Höhe von 30 Millionen Dollar ein und behauptete, Combs habe ihn umworben und sexuell belästigt, während er auch den Schauspieler Cuba Gooding Jr. und Combs damalige Freundin Jennifer Lopez beschuldigte, an illegalen Aktivitäten auf hochkarätigen Partys beteiligt zu sein. Selbst Combs Stabschefin Christina Karam wurde in Jones' Klage mit Ghislaine Maxwell verglichen. Combs rechtliches Team versuchte, die Klage abzuweisen, doch sie bleibt aktiv. Ein Mitglied einer der Girlbands von Colm reichte eine Klage ein und beschuldigte ihn jahrelanger psychologischer und körperlicher Misshandlung. Am 25. September reichte eine Frau namens Talia Graves eine weitere Klage ein und behauptete, Colm und sein Sicherheitschef hätten sie 2001 vergewaltigt und den Übergriff aufgezeichnet. Während die rechtlichen Probleme von Colm sich häufen, haben seine Streaming-Zahlen seit seiner Festnahme überraschenderweise zugenommen. Nur die Zeit wird zeigen, welche Auswirkungen dies auf sein Erbe haben wird. Cassie reichte im November 2023 eine Klage gegen Diddy ein. Die Sängerin Cassie Ventura verklagte ihren Ex-Partner Diddy und der Fall wurde nur einen Tag später beigelegt. Cassie, die 19 Jahre alt war, als sie Colm 2005 traf, beschrieb, wie er sie in einen schnellen, extravaganten und drogengetränkten Lebensstil hineinzog. Zu diesem Zeitpunkt war sie bei Bad Boy Records unter Vertrag. Und Combs, einer der mächtigsten Akteure der Musikindustrie, wurde schnell ihr Freund und Chef. In der Klage machte Cassie schwerwiegende Vorwürfe. Sie behauptete, dass er sie vergewaltigt und körperlich misshandelt habe, indem er sie schlug, trat und auf sie trat. Außerdem beschuldigte sie ihn, sie in Situationen des Menschenhandels zu zwingen und sie dazu zu bringen, seine Waffe in ihrer Tasche zu tragen. Colm wies diese Behauptungen zurück. Aber als CNN Überwachungsvideoaufnahmen zeigte, die ihn zeigten, wie er Cassie in einem Hotelflur angreift, entschuldigte er sich öffentlich für sein Verhalten. Cassie teilte auch beunruhigende Details über ihre Beziehung mit. Sie sagte, ich liebe es, dass du ständig die gläserne Decke durchbrichst oder die schwarze Decke zerbrichst. Kurz nach Beginn ihrer Beziehung habe Colm ihr von einer Fantasie erzählt, in der er sagte, dass er sehen wollte, wie sie Sex mit anderen Männern hat. In einem Vorfall soll Colm angeblich einen Mann engagiert und Cassie angewiesen haben, sexuelle Handlungen auszuführen, während er zusah. Laut der Klage bezeichnete Colm diese Begegnungen als Freak-Offs. Er sagte Cassie oft überraschend, dass er eine weitere haben wolle und es wurde zu ihrer Aufgabe, den Ort zu finden und Sexarbeiter für diese Veranstaltungen zu engagieren. Cassie erklärte, dass Colm diese erzwungenen Begegnungen wie persönliche Kunstprojekte behandelte, indem er Kerzen arrangierte, um die Stimmung zu schaffen und seine Videos aufnahm. Im März 2024 durchsuchten US-Behörden Didis Wohnungen in Los Angeles und Miami im Rahmen einer Bundesermittlung zum Menschenhandel. Colms Anwälte bezeichneten die Razien als einen extremen Einsatz militärischer Gewalt. Es dauerte bis sechs Monate später, am 16. September, bis Colm in New York festgenommen wurde. Laut der nun veröffentlichten Anklage sieht Colm schweren Vorwürfen gegenüber, darunter Erpressung, Verschwörung, Menschenhandel durch Zwang, Betrug oder Nötigung, sowie den Transport von Personen zur Prostitution. Während einer Pressekonferenz erklärte Daman Williams, der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, dass die Vorwürfe bis ins Jahr 2008 zurückreichen und weiterhin bestehen. Williams gab an, dass die Anklage besagt, dass Colms Opfer missbraucht, bedroht und genötigt habe, um seine sexuellen Wünsche zu befriedigen, seinen Ruf zu schützen und seine Taten zu vertuschen. Die Anklage behauptet zudem, dass Colm ein kriminelles Netzwerk angeführt habe, das sein Geschäftsimperium nutzte, um Verbrechen wie Menschenhandel, Zwangsarbeit, Entführung, Brandstiftung, Bestechung und Behinderung der Justiz zu begehen. Diese Bundesanklagen beziehen sich auch auf die berüchtigten Freak-Offs, die Cassie in ihrer früheren Klage detailliert beschrieben hat. Laut der Anklage sollen die Opfer illegale Drogen erhalten haben, um sie gefügig zu halten, und diese Begegnungen wurden oft heimlich aufgezeichnet. Colm soll die Aufnahmen verwendet haben, um die Opfer zum Schweigen zu bringen. Ein weiterer schockierender Punkt in der Anklage besagt, dass den Opfern manchmal Eivau-Flüssigkeiten verabreicht wurden, um ihnen nach den Freak-Offs bei der Erholung von Erschöpfung und Drogenmissbrauch zu helfen. Während der Pressekonferenz enthüllte Daman Williams weitere beunruhigende Details über das, was während der Razzien im März in Didis Eigentum gefunden wurde, und beschuldigte ihn der Erpressung, Verschwörung und des Menschenhandels. Zu den beschlagnahmten Gegenständen gehörten Schusswaffen und Munition, darunter drei AR-15-Gewehre, deren Seriennummern entfernt wurden, sowie ein großes Trommelmagazin, das viele Kugeln fassen kann. Die Ermittler fanden auch Beweise für die Freak-Offs und entdeckten elektronische Geräte, die Bilder und Videos von mehreren Opfern während dieser Begegnungen enthielten. Noch schockierender war die Entdeckung von über 1000 Flaschen Babyöl, von denen angenommen wird, dass sie bei diesen Veranstaltungen verwendet wurden. Nachdem wir die Klage gegen Diddy behandelt haben, wollen wir nun in eine weitere heiße Kontroversen eintauchen. Donald Trump, der ein gefälschtes Foto teilt, das alle in Aufregung versetzt. Warum würde Trump ein solches Bild posten und welches Motiv könnte dahinter stecken? Welche Auswirkungen könnte dieser Schritt auf sein ohnehin umstrittenes öffentliches Image haben? Lassen Sie uns diese Fragen erkunden und die Reaktionen auf diesen Beitrag aufschlüsseln. Donald Trump, bekannt für das Teilen von irreführendem Inhalt in sozialen Medien, sorgte erneut für Kontroversen, indem er ein gefälschtes Bild von Vizepräsidentin Kamala Harris und Diddy repostete. Das bearbeitete Foto ließ fälschlicherweise vermuten, dass Harris an Columns berüchtigten Freak-Offs beteiligt war, bei denen ihm vorgeworfen wird, Opfer gezwungen zu haben, über längere Zeit Sexakte auszuführen. Nun, ich kann nicht sagen, wer da war. Ich kann nur von uns erzählen. Wir hatten die größten Menschenmengen in der Geschichte der Politik. Der inzwischen gelöschte Beitrag auf Truth Social nahm ein echtes Foto aus dem Jahr 2001 von Harris mit Montel Williams, mit dem sie damals zusammen war und seiner Tochter auf. Columns Gesicht wurde in die gefälschte Version über Williams montiert, mit einem Text, der in Frage stellte, ob Harris an den angeblichen Freak-Offs beteiligt war. Wie NBC News hervorhob, haben Trump und Kamala Harris öffentlich Diddy getroffen und ihn gelobt. Harris erkannte ihn 2020 an, als er eine Town Hall über die Auswirkungen des Coronavirus auf schwarze Gemeinschaften ausrichtete. In diesem Wahlzyklus haben gefälschte Bilder, insbesondere solche, die durch KI generiert wurden, soziale Medien überschwemmt und häufig Fehlinformationen über die Kandidaten verbreitet. Trump hat sich in diesen Trend eingelassen und auf seinen Plattformen KI-generierte Bilder geteilt, während er sich gleichzeitig von jeglicher Verantwortung distanziert. Gleichzeitig beschuldigte er Harris' Kampagne des Betrugs, in dem sie gefälschte Menschenmengenfotos verwendete, was als widerlegt gilt. Dies ist nicht Trumps erster Gebrauch von gefälschten oder KI-generierten Bildern in seiner politischen Strategie. Kürzlich teilte er ein falsches Foto von Taylor Swift, das angeblich seine Kampagne unterstützte, und ein weiteres, das Kamala Harris zeigte, die mit einer Menge von Sozialisten auf dem demokratischen Nationalkongress in Chicago sprach.